So, jetzt geht's wohl einfach auf die Jaffe, ne? Ich wollte in Australien über den Kopfstand ausschalten, aber da kam schon der andere, dann hat der mir die Kälte, dann ist der andere nicht aufgestanden, dann hat der mir die Kälte und dann war ich tot. Die haben mich wie ein Tennisball hin und her erreicht. Ich auch. Aber irgendwie kannst du da auch schnell X drücken und so'n Scheiß. Ja, aber nicht immer. Boah, Scheiße. So. Sind alle hin, ja. Hier ist der eh ne der Medienz. Ja, da kannst du ja rechts durch, links durch die Tür gehen. Ja, hier ist der Penetrator. So, jetzt kommt wieder ein Bum. Mein Geschenk sozusagen. Oh, man, ey, hier kommt's der Big Guy. Wow. Wow. Ey, du Schwein. War mein Geschenk. Ich denke, den war der Geschenk für uns Gide. Ne, das war mein Geschenk. Also, ich hab keine Granaten. Naja, das ist ein Geschenk. Ich sehe zwar Granaten, aber diesen Grau bei mir hinterlegt. Ach, die Scheiße. Ich glaub, wir müssen jetzt wirklich langsam einfach mal durchrennen, oder? Würde ich jetzt auch sagen. Woh, Scheiße, Alter. Da muss ich in Ruhe. Alter, mich jetzt so dicker und das über die Wand drüber. Ja, ja, ich seh. Ich mach grad mal die oben platt. Genau. Alter, das ist ein Gebacke, ey. Das ist so übelst. Die Fetten kommen auch nicht immer. Das ist nicht vorausgesetzt, dass die immer da sind. Hier kommt doch dicker schon wieder. Der schmeißt mit grünen Häschen. Oh, Scheiße. So, jetzt haben wir Exit aber. Ah, fuck it. Ich wollt grad X drücken. Oh, fuck. Scheiße. Ich will weggerannt. Scheiße, ich leuchte rot. Ich leuchte rot. Schieß immer auf den. Schieß immer auf den. Wie soll ich denn auf den schießen? Ich werde ja selber grad bearbeitet. Renn weg. Ich bin weggerannt. Ich versuch's grad. Ich versuch's grad. Nein. Oh, Scheiße. Ich glaub, jetzt krieg... Fuck, ich renn grad weg. Ich renn grad. Wie blöder. Schon wieder Strom. Ich renne. Geh weg, Feuer, Feuer. Geh weg, 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 weg. Feuer. Puh, ha, ha. Oh, da schmeißt du Tonne auf mich, die Dreckser. Ich renne. Ich kann mal aussagen, ich... Oh, Scheiße. Strom, Alter. Oh, schon wieder tot. Alter. Striegel langsam am Rad. Ja, und ich hab alle Missionen gemacht, um Platin zu kriegen. Kann's ja ausrechnen, wie lange ich manchmal hier gesessen hab. Und Chris hat schon keinen Bock mehr gehabt. Den Hulk muss ich die Scheiße alleine machen, teilweise. So. Hier oben Hulk was gefunden. Kommt nur auf die Punkte an. Sobald wir hier noch Punkte haben, geht der Ausgang ja auch... Zack. Da oben steht noch einer. Hast du den abgeknallt? Ich schieße noch ab. So, da gibt nämlich Punkte. Ja, der Contester ist having a kick-ass run. So. 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 Jetzt sind zwei Geschenke da. Woah, fack Geld. Wow. So. Hast du schon ein Geschenk? Ja. Gut. oder dann hole ich mir das hier komm los geht zu mensch hab ich hab jetzt auch granaten scheiße ich brauche irgendetwas zum heilen alter heilen wird schweine was scheiße sturm ich bin durchgerannt habe alle mit granatenblatt gemacht jena ist nur noch da aber haben wir haben noch nicht frei wir brauchen 7000 wir brauchen noch punkte jetzt haben wir haben wir noch ein schilder abgeknallt da ist offen oder leck mich doch fett geschissen so und du wolltest jetzt zu diesem tattoo shop sagst du meine karte ist weg meine auch denn hat er denn markierte du markierst den tattoo shop ich komme bei dir mit gefahren nimm dir irgendein auto hier ist ein cooles auto zack der reine onkel warum was hast du markiert ja ich hab die reise du hast das ganze stadt du musst du doch rechts wir erst mal fangen wir zu deinem lagen ja rechts das ist die karre mit 3d power alter was doch was ganz anderes markiert denke ich ja 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 wir fahren ja erstmal jetzt zu deinem und dann habe ich gleich schon das nächste markiert wir fahren jetzt erstmal zum tattoo shop ja aber da ist doch nach links ja da muss ja da muss ich mir anleiten habe ich doch versuchen sollte fährst irgendwo hin ach so und er dann muss ich jetzt nach links links halt stopp ach nee doch nicht doch das ist noch falsch das fotografen woher wo ich bin nicht dahin wo ich markiert habe ich will dahin wo du markiert hast da ist wohl nie mehr ich komme ja auch nicht raus doch jetzt kommt groß mit wollen auto fertig ja dann fährst du zum dann fährst du zum tattoo hatte noch kurven muss ich fahr zur nächsten mission wenn ihr kauft hat sagt mir bescheid ja was ist doch hier noch ein stadtgebiet grau ich denke das wollten wir alles machen ja da müssen wir da müssen wir hier was hier grau ist da müssen irgendwo denn so eine faustkampf mission da müssen wir uns mal mit dem helikopter darüber bewegen dass sie denn oft tauchen warum weil die siehst du manchmal ist doch bloß ein kleines gebiet jetzt sind zwei faustkämpfe denke ich mal täuscht dich mal da nicht die haben sich da schon mal dahin fallen lassen jetzt kriegt der mich gleich weg die drecksau alter manchmal tauchen die dinger denn auch erst später auf dass du denn da ein faustkampf hast oder irgendeine gang mission und scheiß und dann kriegst du das komplette biet so ich bin da muss mir jetzt nur bescheid sagen wenn du deinen laden gekauft hast mal wo bist du bist du bist doch schon da so jetzt muss ich doch mal gucken kann man auch abheben ja da bin ich noch mal da bei mir ist es jetzt auf jeden fall wo ich das gekauft habe ist es hier ist noch irgendwo da muss ich mal hingucken da guck ich jetzt mal hin ach so vielleicht ist es bei mir grau weil du diese diese taustahne mitte nicht gekauft hast weil jetzt ist es bei mir auch wo du dir gekauft hast das tappenstudio ist es bei mir auch rosa ja also müssen wir beide alles kaufen dass wir beide aber was ist jetzt schon wieder aus du musst ja nicht dann musst du aber auch noch diesen diesen schönen schickeron gucken dann hast du den oder nicht unten dann habe ich auch noch nicht ach so ne dann macht das mal ich will bloß mal da oben gucken weil das auch noch grau ist wahrscheinlich hast du das nicht gekauft weil ich habe das haus gekauft habe ich habe es auch gekauft geht bei mir wenn ich darauf gehe steht immobilie im besitz das hier ist alles oder die noch oder diese schutzengel oder diese schutzengel mission die haben weil die grau ist weil die ist grau ja aber vielleicht zählt es nicht hier ist das gebäude und das ist bei mir gekauft der musste nur auf landkarte gehen jetzt auf das gebäude rufen da steht immobilie im besitz das kann aber sein dass da irgendwo in der querstraße so ne faust dass da irgendwo ghetto gang mitglieder sind oder wirklich dieser schutzengel den haben wir doch schon gemacht ja in der mission haben wir schutzengel gemacht aber hier auf landkarte nicht vielleicht ziertet ihr extra ich guck gerade mal in die seltenstraßen bin ich ja noch richtig sie ist nichts 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 musste mal unter dem schutzengel da wo jetzt schwarz ist gucken das ist so ein so ein so denke mal wieder irgend so ein so ein hinterhof in länder musste mal gucken ob da irgendwo welche rum krauchen so genau und jetzt geradeaus 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 und da auf diesem gelände ach du siehst ja wo ich hinlauf stimmt das nicht ja und das wirst du ja jetzt gehen wir nach rechts genau und da um das graue teil da wo du jetzt bist rum ob da irgendwo so ein faust dann auftaucht oder irgendwelche gang mitglieder oder sowas in der art nichts dann mach ich mal kurz den oder der schutzengel machen ja mach ich mal fix jo machen wir mal gucken wir mal nach doch doch das ist das was wir gemacht haben ja ja das ich ja ja nicht wenn er so nah dran ist ich weiß ja das ja 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 Ach, knapp drüber. Den kann ich nicht, den seh ich nicht. Die fliegen aber auch hoch, die fliegen. Oh, jetzt habe ich auch mehr und dann geschlossen. ja und aber ist gleich vorbei könnte das noch das scharfschützen ding so jetzt kommen wir noch mal die dinge genau kommen wir noch die das war zu schnell so so Achso. Nicht mit meinem geilen Glade. Na, musst du auch passen, dass der Wind da nicht... Ich schieße immer auf den Motor. Wie schönste denn, ist das Auto platt? Schön. Jetzt ist ja gar nichts mehr. So, jetzt kommen da wieder welche. Oh, jetzt habe ich den aber... Gut, war jetzt nicht beabsichtigt. Also auf jeden Fall wäre gefloren. Jetzt kommen die von links da gleich aus der Baracke, äh, zwischen den Häusern rausgeflitzt. Da, siehst du. Die Mission, wo ich am Anfang immer haarig war bei mir, da habe ich mir das eingeprägt. Oder was ist. Hat sich ein Stammhirn eingemeißelt. Ach, da kommen noch mal welche. Ist doch nicht. Kamst du, oder? Kamst, ja. Geschafft. Ja, bin mal geschafft. Die kriegen ja auch noch mal Geld. Na klar. Aber Respekt kriegen wir keinem, also. So. Und was sagt jetzt? Nee. Immer noch nicht. Ich denke mal, das wird erst später kommen. Da kommt dann später irgendeine Faust. Na, kauf mal jetzt den Schönheitschirurgen, Onkel. Ach, du bist ja auch da. Ach so, ich bin jetzt bei dir. Du kannst ja vielleicht... Das, oh. Nee, rennen wir jetzt hier um die Kirche. Ich habe einen Verdacht. Muss hier auf dem Kirchengelände sein. Und auf dem Dach oben kann doch nichts sein, ne? Äh, nee, eigentlich nicht. Guck mal, das hat sie mit... Du hast das Gebäude hier wirklich schon gekauft? Äh, du hast das Gebäude hier wirklich schon gekauft? Ja, steht bei mir in Besitz. Ich habe es gekauft. Kann ja nicht wahr sein, wo sind denn die dann? Kann man auch in die Kirche rein, ne? Nee. Guck mal. Heißt ja nicht, dass sie zentral ist. Das heißt ja, aber die können hier überall sein. Ich mache mir jetzt mal die Stelle. Soll ich jetzt Handy gehen? Nee, ne? Nee, muss nicht unbedingt. So. Aber dann ist sie uns da wieder Gebiete wegnehmen, wenn wir jetzt hier auch da drangeben. Nee, so schnell ist das nicht mit dir wegnehmen. Warte, hast, hast du. Das können sie, nehmen sie eigentlich nicht weg. Warum die greifen dran, um das eben wegzunehmen? Aber nicht so extrem. Wenn du immer hast, wenn du die Läden und so gekauft hast, ist es deins. Also ich habe noch nicht erlebt damals, dass sie mir irgendwie ein Gebiet weggenommen haben. Oder hast du, oder kann es sein, dass hier vielleicht noch Fotograf oder sowas rumsteht? Nee, Fotograf hat damit nichts zu tun. Hier sind auch noch Gangmitglieder, also rot. Wenn das unser Stadtteil ist, da sind hier keine Gangmitglieder mehr von den anderen Gang. Da hatte ich ja so Probleme, wir hatten auch für die Trophäe, heute habe alle Blasölz, töte so und so viele Spezialisten. Und die kommen ja erst später. Ja, wenn aber alle dir gehört, dann hast du keine anderen Gangmitglieder mehr. Also auch keine Spezialisten. Da habe ich zu tun gehabt, die dann doch noch irgendwie zu kriegen. So, hier ist es. Meistens sind es auch so, hinter Höfen oder so. Sag mal, hier ist ein Funkmast. Funkmast, da verstecken sich ja nicht runter. Na ja, das nächste war schon gerade. Und auf der anderen Seite, dass das vielleicht irgendwo im Lilangebiet trotzdem drin ist? Kann das nicht sein. Nee, das muss im Grauen. Ist entweder Rand vom Grauen oder mittendrin. Das ist halt... Na, reicht was. So, ich kann jetzt hier nochmal hin. Hier könntet nämlich hoch sein, in der Mitte in dem Gelände. Hier ist aber nix. Was ist denn das hier? Ach ne, das hat nix mit uns zu tun, ja. Ups. Hier. Noch. Ist es noch rosa, oder? Wenigen eigentlich. Achso, ich bin schon noch rosa drin. Na, drüben ist rosa, okay. Hey, das gibt es doch gar nicht. Das scheiß Gebiet damit. Um die Stelle. Okay, such du mal. Ich gehe mal der Weile zu dem Dingsladen. Okay. Zu welchen Dingsladen? Na, zu denen ich noch kaufen muss, den Chirurgen. Achso, ja, ja. Guck mal den Chirurgen, genau. Ja, ich glaube, ich glaube, in die falsche Richtung. Wenn ich probiere mal. Du kannst doch wieder abheben, apropos. Nö, ich noch nicht. Hab ja eben abgehoben. Komisch, ja, dass das nicht lila wird. Oh, hier hinterm Haus sein. Da hebt es auch eine Karte im Internet über diese scheiß Gängdinger da. Diese Faustteile. Weil ich hab auch nachgucken müssen. Weil eins hat mir gefehlt. Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's nicht gefunden. Hier könnte noch was sein. Vielleicht stehen sie irgendwie hinter Hof oder irgendwo rum die Kunden. Hier ist auch nix. Moin. Oh, selbst in der lila ein Gebiet drin. Achso, das sind Bullen. Okay. Die roten Punkte auf der Landkarte sind auch Bullen. Aber halt in den Lina-Gebieten wirst du keine feindlichen Gangmitglieder. Keine blauen, keine roten, keine grünen sehen. Weil das unser Teritorium ist. Tutorial. Und ich fahrt voll auf seine Tutorials ab. Ja. Ach, und in den Dings kannst du auch... Ja. In deinem Hauptquartier kannst du nämlich auch... Deine Begleiter kannst du da anpassen. Also, was bei dir im Hauptquartier stehen soll. Ich hab mir mal... Ich hab ja das Penthouse-Paket hab ich mir ja runtergeladen. Müsstest du dementsprechend auch haben. Und ja, dann rennen wir nur so sexy angezogene Weiber in unserer Gangfarbe rum. Ist nix. Kruzifix und Türken auf dem Dach können die ja auch nicht sein. Glaub ich jedenfalls. Das Einzige, was noch nicht ist, das ist dieses... Das ist dieses eine Graue... Warum ist denn das Grau? Kann auch sein, dass es erst später kommt. Im Verlauf der Story. Weil das ist ja... Wir befinden uns ja gerade im zweiten Gebiet. Wo wir hier sind. Das ist ja nicht das Hauptgebiet, wo wir eigentlich uns gerade befinden. Weil die ersten Feinde, möchte ich jetzt sagen, sind die blauen. Deckers. Nee, die roten. Nee, Quatsch. Nee, die roten, die ersten. Stimmt. Dann kommen die blauen und dann kommen die grünen. Ich hab jetzt alles abgelaufen, also... Dann müssen wir später mal kicken, Onkel. No. Ui, jetzt hat's ein Auto mich erwischt. Jetzt kann ich Geld abnehmen. 14.000 kriege ich. Na, das ist doch mal was. Fähigkeiten. Ach, Temposteigerung. Man sieht ja das da schon mal was. Vielleicht besser rennen. Kampf. Ei, da sind die Dinger teuer, Alter. Ich hab' nur noch 15.000. Ich kürfe einfach ohne drüber nach. 4.000. 4.000. Ich hab' so viel offen jetzt noch, was ich kaufen könnte und hab' kein Geld dafür. Ja, der kommt ja. Der kommt ja. Welche Stufe bist du? Äh, wie Stufe? Welche Stufe bist du halt? Wo steht meine Stufe? Links in der Ecke, wo du kaufen kannst. Links oben in der Ecke. Äh. Eine Abwärtsverbesserung. Äh, 13. 13.5. Krass. Ich bin da 17. Wie? Ich bin 17. Jetzt sind die geschafft. Keine Ahnung. War vielleicht so viel Scheiße wie du. Aber wirst du bestimmt mit Respektpunkt irgendwas dazu gepuckt haben. So. Okay. Was ist das mal langkarte? Ja, ich würd' sagen, jetzt machen wir mal die... Achso, ja, jetzt ist da unten rosa. Stimmt. So, machen wir hier die Mission. Welche Mission? Ich hab' grad markiert. Ach, du willst jetzt... Ach, das Stadtgebiet willst du auch noch, weil da fehlt mir auch noch was. Ja, ja, wir machen jetzt da, das ist die letzte Mission dann im Stadtgebiet und danach kannst du da rumfahren und kurven und ich war zunächst... Ohne, das... Das... Das grube ich mir noch fix. Weil das ist gleich hier noch neben. Ich brauch' ne Weile, bis ich da bin. Also, kannst du noch kurven da rum? Achso, du guckst du Geld. Ohne Geld kannst du nichts kaufen, Onkel. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, ob das glaubst du oder nicht. Oder vielleicht hab' ich noch so viel. Scheiße. Da musst du nachgucken, ich bin jetzt da. Oh, aber wo ja Onkel sich kurz kalt... Ich bin in einem Laden. Ja, den hab' ich schon gekauft. Den hab' ich schon gekauft. Aber der ist noch nicht... Der ist noch nicht rosa bei mir jetzt, obwohl du den schon gekauft hast. Ich hab' den noch nicht gekauft. Achso, okay. Wo ich jetzt gerade drin bin, den hab' ich schon nicht gekauft. Okay. So, dann... Warte, dann fang ich mal hier an. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld, dann kannst du da... Ja, ich will's ganz kurz mal über eine andere Klappe anziehen, weil das... ... wird auf Dauer doch ein bisschen lustig. Nur so rumrennen macht dich nicht doll. Was? Es nur dauerhaft rumrennen macht mich glücklich, wa? Ja, das ist mal kurz lustig. Und dann... Total unlustig. Ach, die mit den Blumen davor? Das haben wir schon, ne? Mit dem Seins-Zeichen. Hä? Hier ist ein Seins-Zeichen davor. Zum Beispiel, die haben wir schon die Klamotten, oder? Äh... Mit dem S davor, ja. Mit dem S? Nee. Was für ein Seins-Zeichen? Mit der Tulbe. Ach so, ja. Die sind deine. Die sind deine. Die hast du in deinem Besitz. Die kannst du jederzeit wieder anziehen. Die brauchst du nicht kaufen. Ach so. Was ist denn die nächste Mission für die Mission? Helikopter. Jetzt guckt die Alte hier. Zeig die mir den Finger. Na, hab ich hier erstmal in die Weichteile getreten, die Schlampe. Bist fertig? Jo. Jo.